Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon GO! Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um die Ausbeute vom Event Feldverorschungstag mit Iskala. Napikat und ich sind nach Karlsruhe gefahren und haben Trug88 und Champ Blau getroffen. Gemeinsam sind wir zu viert durch Karlsruhe gelaufen, haben die Aufgaben erfüllt und PokéStops gedreht. Das Wetter war auf jeden Fall hundertmal besser als beim GoFest letztes Mal. Aber man hat auf jeden Fall einen Regenschirm gebraucht. Wir haben nasse Füße bekommen, aber sonst, es hat nicht zu lang geregnet. Dementsprechend war es okay. An für sich war die Temperatur völlig in Ordnung. Ich konnte die vollen drei Stunden den Pullover weiterhin tragen, den ich ja auch gebraucht habe, als es geregnet hatte. Und ich konnte ihn weiterhin tragen, als der Regen vorbei war. Für die anderen Kollegen sah es anders aus. Die mussten meistens den Pullover dann ausziehen, weil es ihnen dann zu warm wurde. Also für mich war es okay, für andere vielleicht nicht. Bei einem Quest Day oder bei einem Forschungstag ist es so, dass man PokéStops dreht und man bekommt Eventaufgaben. Nur die Häufigkeit der Eventaufgaben ist hier an diesem Event besonders wichtig. Leider habe ich gelesen, dass in Australien sogar ein Viertel der Aufgaben keine Eventaufgaben waren. Das ist ziemlich viel und wir hatten uns hier in Deutschland schon quasi über 10 Prozent, die nicht Eventaufgaben waren, schon beschwert. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was beim letzten Forschungstag mit Schildarus und Cognodon gewesen ist, ob da auch einige Aufgaben dabei gewesen sind, die keine Eventaufgaben gewesen sind. Das weiß ich leider nicht. Es könnte sein, dass beim letzten Mal tatsächlich quasi aus den PokéStops zu nahe 100 Prozent Eventaufgaben rauskamen, aber die Eventaufgaben waren nicht alle so gut. Die Aufgaben waren zum größten Teil alle super. Ich musste nur sehr wenig Aufgaben wegwerfen, aber wie gesagt, es waren halt nicht 100 Prozent Eventaufgaben. Was hatten wir denn Schönes? Wir sollten drei Unlicht-Pokémon fangen, Sananabären benutzen, Bären benutzen, besondere Würfe machen. Die Wurfaufgaben waren alle super einfach und gut. Also ich finde, da ist wirklich nichts dabei gewesen, was ultra schwer gewesen wäre. Das Schöne war hier, mache einen großartigen Curveballwurf. Also das war ja super gut. Es gab zum Beispiel nicht, mache einen Raid, so wie letztes Mal. Es gab auch nicht die Aufgabe, fange ein wettergeboostetes Pokémon oder mehrere davon. Das war auch Gott sei Dank nicht dabei. Also das ist schon richtig gut gewesen, muss ich sagen. Kämpfe in einer Arena, ja, kann vielleicht ganz okay sein, dürfen sie aber gerne streichen. So viele Arenen gab es erstens nicht. Die Aufgabe hätte wesentlich seltener sein können. Und oft war dann auch noch das andere Problem, entweder war die Arena einfach blockiert durch einen Raid oder sie hatte eine andere Farbe und ich hätte sie eh nicht bekämpfen können. Also das wäre vielleicht ganz schön, dass die Aufgabe einfach verschwindet. Effektive Ladeattacke einsetzen ist gar kein Thema gewesen, hatte ich euch ja schon im letzten Video gezeigt. Entwickelt zwei Unlicht-Pokémon ist überhaupt kein Thema, dauert nur zu lange. Wäre vielleicht schöner, wenn das heißen würde, entwickle ein Pokémon von Typ Unlicht, das wäre cooler. Die Power-Ups habe ich fast alle gemacht, nee, habe ich alle gemacht, auf jeden Fall. Hat mich zwar eine Menge Staub gekostet, aber ich bin nicht ins Minus gekommen. Ich habe heute trotzdem Sternenstaub Plus gemacht, also bin total zufrieden. Drehe zwei Poké-Stops ist super, verdiene ein Bonbon mit deinem Kumpel. Ja, kommt drauf an, was für einen Kumpel man hat. Die Kollegen haben fast alle Garados genommen und einen Knurs gegeben. Damit mussten sie nur 500 Meter laufen und selbst das hat ihnen aber nicht gereicht. Das heißt, die Aufgabe ist die meiste Zeit dann auch gelöscht worden. Also ich habe sie sowieso weggemacht. Ich hatte Pampam mit 1,5 Kilometer. Wir sind nur 10 Kilometer gelaufen. Kann man ausrechnen, wie oft ich hätte die Aufgabe überhaupt machen können. Mache einen Schnappschuss von einem Unlicht-Pokémon. Da musste man in den Beutel gehen und das Pokémon fotografieren. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich denke, vom Aufwand her war das immer noch weniger als Entwickel 2 Unlicht-Pokémon. Oder setze eine sehr effektive Attacke ein. Auch dieses Mal habe ich wieder neue Poké-Stops entdeckt und habe auch die Medaille gescreenshottet. Es waren 15 neue Poké-Stops im Event. Nach dem Event waren es, glaube ich, nochmal zwei. Ich habe bei diesem Event 172 Feldforschungen erledigt. Die anderen Kollegen haben ein kleines bisschen mehr. Aber ich glaube, 200 hat keiner geschafft. Schließlich sind wir ja die gleiche Strecke gelaufen. Also von daher war so viel dann auch nicht möglich. Es wird aber noch interessanter, wenn wir uns dann anschauen, wie viele Iskalar ich gesehen habe. Daran sieht man dann, dass es tatsächlich einige Feldforschungen gab. Die habe ich sogar gemacht, obwohl sie gar kein Iskalar ergeben haben. Da man bei diesem Event ja Iskalar nur in den Feldforschungen bekommen hat, kann man ja auch die gesehene Anzahl ganz genau sagen, dass man, wie viele Aufgaben man von Iskalar gemacht hat. Also ich habe 162 Iskalar-Aufgaben erfüllt und habe also zehn Aufgaben mehr gemacht, wo kein Iskalar rausgekommen ist. Und dadurch kann ich jetzt auch einen Vergleich zum letzten Mal ziehen Bei Schildarus und Cognodon habe ich ja auch den gesehenen Eintrag und zusammengerechnet ergab es dann 151. Das heißt, ich hatte hier jetzt eine Steigerung von 11. Ihr werdet überrascht sein, wie wenig Kilometer wir an diesem Tag gelaufen sind. Schauen wir uns doch mal an, wie viele Bonbons ich denn im Event gesammelt habe. Ich habe auf jeden Fall die Mega-Entwicklung Hundemon aktiv gehabt. Das heißt, ich habe 1018 Bonbons von Iskalar gesammelt und 96 XL-Bonbons. Damit könnt ihr, falls ihr Bock habt, das euch mit euch selbst vergleichen, wie viele XL-Bonbons habt ihr so bekommen und hattet ihr die Mega-Entwicklung aktiv oder nicht. Da kann man sich den Unterschied anschauen. Ich habe bei diesem Event wirklich jede Power-Up-Aufgabe gemacht. Also habe ich auch dieses Mal Minus an Sternenstaub gemacht. Also obwohl ich sehr krass gespielt habe, also viel gespielt habe, habe ich 112.501 Sternenstaub Minus gemacht. Liegt aber zum Beispiel auch daran, dass ich auch wirklich ein Pokémon gepusht habe, dass ich vielleicht sogar auch über Level 40, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe einen Capuno gepusht, das ist ein Hunderter und habe gesagt, okay, ich pushe das jetzt, habe es sogar einmal entwickelt. Die letzte Entwicklung lasse ich erst mal stehen. Habe es, glaube ich, auch markiert, dass ich das bei einem C-Dainer mal entwickeln möchte. Ich habe da noch mal kurz nachgeschaut. Das Capuno habe ich nicht auf Level 40 gepusht. Und jetzt im Nachhinein sehe ich gerade, dass ich nur noch 10,4 Millionen Sternenstaub habe und habe mich gerade gewundert, wo ich den gelassen habe. Jetzt ist mir wieder eingefallen, ich habe einen Fiaro auf Level 50 gepusht für die Hyperliga. Felix hat uns oder mir zumindest dabei geholfen, mal ein neues Hyperliga-Team aufzustellen für die aktuelle Gegebenheit, weil sich so viel gerade geändert hat, weil Niantic hat gefühlt 1000 Attacken geändert, nein, 100. Und dadurch sind viele andere Pokémon jetzt in der Liste gelandet und dadurch hat sich vielleicht auch das ein oder andere massiv in den einzelnen Ligen geändert und Hyperliga muss ich definitiv noch ein bisschen spielen, damit meine Medaille auch mal auf Platin kommt. Die ist nämlich momentan nur auf Gold. Im Eventzeitraum von drei Stunden sind wir 10,8 Kilometer gelaufen. Beim letzten Mal hatten wir ja vier Stunden, da sind es dann 15 Kilometer gewesen. Ich denke, das passt eigentlich ganz gut, es ist jetzt kein großer Unterschied. Ich dachte, es wäre anders gewesen, aber gefühlt bin ich an dem Tag doch relativ viel gelaufen. Ich hätte sogar nach dem Event, nach der ewig langen Pause von über zwei Stunden, haben wir ja noch den Abenteuerrauch eingesetzt und ich wäre gerne danach nochmal zocken gewesen, aber ich habe stattdessen das Video vorbereitet und habe es aber dann ab 22 Uhr, dann ab 22.30 Uhr habe ich dann gesagt, so reicht jetzt, ich mache morgen früh weiter. Bei diesem Event habe ich 376 Pokémon gefangen. Beim letzten Mal habe ich aber bei vier Stunden 606 Pokémon gefangen. Also, puh, das ist schon ein Riesenunterschied. Vielleicht ist das Entwickeln tatsächlich ein extremer Zeitfresser und deswegen kam ich zu vielen Dingen überhaupt nicht so richtig. 224 Pokestops gedreht, das ist okay. Beim letzten Mal waren es 277. Dadurch, dass es eine Stunde länger war, würde ich fast sogar sagen, wir haben vielleicht dieses Mal effektiver Pokestops gedreht als beim letzten Mal. Müsste man runterrechnen auf pro Stunde, was es denn so gewesen ist. Bei den Erfahrungspunkten war ich auch letztes Mal viel, viel besser. Dieses Mal habe ich nur 200.291 Erfahrungspunkte gesammelt. Im Eventzeitraum habe ich insgesamt 15 Shinies gefangen. Davon waren 13 Stück Iskala. Zwei waren was anderes und zwar Alola Radfatz und Pfiffchen. Später im Auto habe ich sogar nach dem Event noch ein Shiny gefangen und zwar ein Hippopotas. Mega krass. Also, ich fand das wieder super. Beim letzten Event war es tatsächlich anders. Da habe ich 19 Shinies gefangen und davon waren 16 Schildterus und Cognodon. Meine Shiny-Ausbeute oder meine Shiny-Rate beim diesen Mal war nur 1 zu 12. Hatte ein bisschen Pech tatsächlich, kann man sagen. Als ich den Screenshot von den Shinies gemacht habe, steht da oben 16. Das liegt einfach daran, dass das Shiny von dem Vorabend, das Quiekel aus dem Livestream, auch da drin ist. Deswegen sind es 15 Shinies und nicht 16 Shinies. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich ein Shiny 100er und vielleicht auch einfach nur ein 100er fangen würde. Aber die EV, die wollte mich richtig ärgern. Also ich glaube, Iskala hat es nicht so gerne mit mir. Das Maximum an EV war 93. Durchweg 93. Ich habe nicht ein einziges Iskala, das über 93% gewesen ist und auch kein Shiny, das über 93% gewesen ist. Mein Fazit zu diesem Event ist, dass das Event war klasse. Die Aufgaben waren super. Ich fand die Häufigkeiten der Event-Aufgaben okay. Aber das lag einfach daran, dass ich einfach eine extrem hohe Pokestop-Dichte hier habe in Karlsruhe. Daher kann ich mich auch nicht beschweren. In anderen Orten würde das natürlich ganz anders aussehen. Das wird aber immer so sein. Dorfspieler werden sich immer darüber beschweren und die Stadtspieler sagen, so schlimm war es nicht. Grundsätzlich sollte natürlich klar sein, nur weil ich ein 93er Shiny bekommen habe und nichts besseres, ist das Event nicht schlecht. Sondern das ist einfach nur persönliches Pech und dafür kann das Event ja nichts. Nun seid ihr gefragt. Jetzt möchte ich von euch wissen, wie war das Event für euch? Was war gut? Was war schlecht? Wie war eure Ausbeute? Ich möchte Niantic auf jeden Fall wieder eine Rückmeldung schreiben zu diesem Event, was gut oder schlecht gelaufen ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir, wie zum Beispiel meinen Twitch-Kanal. Da bin ich am Montag wieder online. Und bis zum nächsten Mal, Batsch!